Sternsinger aus der Icarus-Grundschule in Mariendorf machten am Mittwoch Station im Abgeordnetenhaus. Begrüßt wurden sie von Parlamentspräsident Ralf Wieland. Segen bringen, Segen sein, Hoffnung für Flüchtlingskinder in Malawi und weltweit, lautet das Motto der Aktion Drei Königssingen 2014. Dabei schrieben die Schüler mit Kreide C, MB und die Jahreszahl an die Tür des Landesparlaments.